Yo, yo, yo und herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Reaction, meine Lieben. Reaction Days heißt, wir reagieren wieder auf einen meiner Lieblings-Videomacher auf YouTube, GamingGuides.de und das ist jetzt ein interessantes Thema, obwohl ich nicht wirklich mit Redstone umgehen kann. Ein Schlag ins Gesicht für alle Minecraft-Redstone-Fans. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, wir gehen beinhart rein und gebe ihm. Schleimiges Hallo liebe Freunde. Minecraft hat im vergangenen Snapshot mal wieder etwas getan, das vor allem alle Spieler, die gerne mit Redstone in irgendeiner Form interagieren, stinksauer macht. Und sogar Leute, die nicht großartig viel damit zu tun haben und sich mit dieser Änderung auseinandersetzen, können es absolut mal wieder nicht nachvollziehen, was die Entwickler da gedacht haben. Es geht um einen riesigen... Ja, ich sage mal nichts dazu. Wie gesagt, ich bin Redstone gar kein Profi, ich kenne mich gar nicht aus. Aber wenn es alle wütend macht, sind wir natürlich auch wütend. Wütend. Werft des neuen Crafters und auch dieser sogenannten Copper Bulbs hier, der aus dem Nichts ohne jeglichen Grund umgesetzt wurde und alle Minecraft-Spieler nur mit dem Kopf schütteln lässt. Genau dieses Thema, wie auch einige weitere Leaks, die aufgetaucht sind, schauen wir uns im heutigen Video gemeinsam an. Wenn ihr Lust habt, können wir gerne das Like-Ziel von 2.121 in Angriff nehmen. Für euch nur ein kleiner Klick und für mich eine riesengroße Freude. Das ist natürlich mein Part, meine Lieben. Wenn du mich unterstützen willst, lasst mir ein Lieben gerne ein Abo da, ein Like und kommentiert gerne, was ihr davon haltet. Küsschen aufs Nüsschen und weiter geht's. Wahrscheinlich genau jetzt live mit Craft Attack 11. Also wenn ihr das Video hier schaut, kommt gerne rein Hallo sagen. Ein Träumchen. Minecraft hat sich mal wieder etwas geleistet, das die Mehrheit der Community absolut nicht nachvollziehen kann. Mojang hat nämlich aus dem Nichts die absolut einmalige Funktion von Copper Bulbs und auch dem neuen Crafter genervt. Der YouTuber Purples hat das in seinem Video echt gut dargestellt. In den vorherigen Snapshots hatte der Crafter einen One-Game-Tick-Cooldown oder Delay. Du konntest damit also, wenn du ihn mit Stack-Weiser-Items befüllst, 20 Items pro Sekunde craften lassen, was einfach actually insane und absolut einmalig war. Das gleiche gilt auch für die Copper Bulbs. Diese hatten einen One-Game-Tick-Delay und die Möglichkeiten damit waren endlos und der Use ebenfalls einmalig, was ja auch der Sinn hinter neuen Features ist, denkt man ja. Und durch diese beiden neuen Redstone-Blöcke waren die Redstone-Ingenieure inklusive Joe, hab ich ja auch mitbekommen, glücklich, konnten es kaum glauben, dass solche unfassbar nützlichen Blöcke oder dass solche unfassbar nützlichen Blöcke das Licht der Minecraft-Welt erblickt haben und Mojang endlich nochmal etwas Unerwartetes Gutes getan hat. Doch dann, nun, in Bezug auf den Crafter gab es einen Bug-Report von einem User. Das ist quasi so ein Typ wahrscheinlich, der den Lehrer auch eine Minute vor Schulende noch an die Hausaufgaben erinnert hat. Ich wollte es gerade sagen. Sowas sagt man einfach nicht. Sowas sagt man einfach nicht. Da genießt man, schweigt man und auf einmal kommt sowas. Ei, 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 ei. Aber er trifft es gerade richtig, glaube ich. Er schrieb nämlich, dass bei Empowering oder Empowering des Crafters bei jedem Tick ein Item ausgespuckt wird. Was ja auch eigentlich der sehr nur Zweck des Crafters war. Dies wäre aber seiner Meinung nach ein Bug, das gleichgültige Blöcke wie Dropper und Dispenser, die ja einen 4-Game-Tick-Cooldown haben, nicht gerecht wäre. Wäre also ein bisschen unfair. Hm, finde ich irgendwie interessant. Also ein neuer, sagen wir mal, ein jetzt in diesem Falle, ein neuer, völlig neuer Redstone-Block kommt in das Spiel, der das Spiel auch irgendwo revolutionieren soll und absolut nichts mit den anderen Blöcken zu tun hat, weil er grundsätzlich anders funktioniert. Das ist unfair. Muss ich aber dennoch anderen Blöcken instant anpassen? Ach, das sind so Leute. Nein, 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 nein. Das geht mal, da geht mal ein bisschen das Gimpft auf. Das sind wirklich so Leute. Wenn der Block das nicht kann, warum soll der andere das auch können? Nein, da war der nicht, dass man einfach nur genießt. Wie gesagt, es ist nur ein Snapshot, also wir verurteilen da jetzt nichts. Vielleicht wird das jetzt alles wieder abgetreten, aber trotzdem. Alleine, dass man da schon sowas melden, schön und gut, aber ein Urteil, nur weil das jetzt nicht so ist, muss das so sein. Katastrophe. Für mich, ehrlich gesagt, eine Katastrophe. Aber ich glaube, Gaming-Guides findet es auch nicht gerade so fein. Also jedes Mal, wenn eine neue bestimmte Item-Gruppe oder Block-Gruppe irgendwie was Neues bekommt, muss er genauso funktionieren wie die alten Varianten. Ja gut, also wenn man so an die Entwicklungsphase hier herangeht, dann kann man das hinzufügen neuer Blöcke und Funktionen direkt sein lassen. Also mal ehrlich, was soll so ein Blödsinn? Also quasi alle Möglichkeiten von super effizienten Redstone-Maschinen, die man mittels des Crafters oder der sogenannten Copper Bulbs auch craften oder bauen konnte, sind ab sofort useless oder funktionieren gar nicht mehr oder funktionieren anders, deutlich langsamer, aufgrund eines Bug-Reports, der falscher nicht sein konnte. Denn, surprise, surprise, Mojang ist natürlich hingegangen, hat diesen Bug-Report akzeptiert und auch gefixt. Denn im neuesten Snapshot spuckt der Crafter Items nur noch mit einem 4-Ticks-Cool dann aus und funktioniert es quasi genauso wie ein Dropper oder Dispenser, bis auf natürlich die Tatsache offensichtlich, dass der Dinge craften kann. Das gleiche gilt aber auch für die Copper Bulbs. Der einzigartige Use wurde komplett entfernt mit der Begründung. Aber ich glaube, da hat er jetzt lang das Bild drin lassen. Und dass diese neuen Blöcke quasi genauso funktionieren sollen, wie die, die schon länger im Spiel sind. Ja, warum auch mal was Neues machen? Im Endeffekt, auch wenn das Bild jetzt drüber war, ihr kennt es euch da eh aus mit 1-Tick, 4-Tick. 1-Tick ist viel, viel schneller als mit 4-Ticks. Und ja, es hat einfach zu wenig, sagen wir so, viel, viel langsamer ausgespuckt. Nicht, dass das umcraften gegangen ist, sondern es hat viel, viel länger gedauert. Was einerseits, ja, bei, äh, sag ich jetzt, mehr Spiele oder Online-Servern natürlich gut ist. Andererseits, wenn es ein Einzelspieler aussieht, wie schnell was umcraften, wie zum Beispiel den Bambus in Stöcken, ist natürlich wieder hinderlich. Neun Blöcken, oder? I mean, das... Obwohl ich den extremst, extremst geil finde. Den Automatic Crafter. Einer der geilsten Stücke, was reingegeben hat. Was? Gleich wie der Gänsehaut. Das muss ja auch gar nicht. Das Ding ist halt sogar, dass die Community vor Freude außer sich war. Also wirklich, ich spreche über alle Redstone-Leute da draußen. Die Leute waren begeistert. Es gab jede Menge Lobeshymnen ohne Ende, was absolut nochmal Zeit wurde, muss man sagen. Also für die Arbeit von Mojang. Und die Video-Ideen, oder allgemein die Ideen, was man damit alles machen und anstellen kann, explodierten quasi. Das war wirklich... Ich habe mit Redstone nicht viel zu tun, aber dann dachte ich so, Junge, das ist auf jeden Fall eine 10 von 10, dass der Crafter, der Copperball, genauso funktionieren, wie sie funktioniert haben. Und genau eine Woche später fixen sie diesen vermeintlichen Bug, der von King B-Dogs bestätigend gar kein Bug war. Er schrieb legit ganz eindeutig vor einigen Tagen, dass dieser One-Tick-Delay absichtlich eingeführt wurde und wird nun als Bug abgestempelt, der dringend gefixt werden muss. Finde ich scheiße. Da hätte man... Da hätte man... Finde ich nicht leibernd. Das hätte man einfach lassen sollen. Checking it. Das ganze Thema hat aber noch einen faderen Beigeschmack als ohnehin schon. Viele Spieler vermuten, dass hier die Battle-Edition hintersteckt und es wurde auch mehr oder weniger bestätigt, dass auch das ein Mitgrund dafür war, wie sie sich entschieden haben. Wenn die Leute dies nicht wissen, Minecraft Java Redstone läuft mit 20 Ticks pro Sekunde, während das Redstone auf der Minecraft Battle-Edition bis zu 10 Ticks pro Sekunde limitiert ist. Also deutlich langsamer als auf der Java-Edition. Selbst wenn Mojang es... Dann wäre es ja noch idiotischer, das langsamer zu machen, oder? Schreibt zwar gerne in die Kommentare, was ihr davon denkt, aber für meine Meinung ist das natürlich, dann wäre es ja noch idiotischer. Dann braucht ein Batwalk-Spieler ja noch länger dafür. Aber ja! Wenn man nicht gewollt hätte, dass die Redstone-Blöcke so useful bleiben, wie sie quasi eingeführt wurden, müssten sie ja erst das ganze Redstone auf der Minecraft Battle-Edition umändern und verbessern, damit diese auch genauso hier funktionieren, wie auf der Java-Edition. Was macht man also als Videospiel-Gigant, der ja eigentlich immer auf die Community hören wollte und Milliarden im Rücken hat? Richtig, man nimmt den kurzen und einfachen Weg und der ist einfach als Bug da und verärgert wieder einmal die halbe, eigentlich fast schon die ganze Community. Versteht mich nicht falsch, viele überreagieren da natürlich auch und beleidigen jetzt die ganzen... Ja, das ist unnötig. Kein Sinn und ich bitte euch wirklich, das zu unterlassen, also niemanden irgendwie direkt zu fronten. Man kann Feedback sachlich natürlich preisgeben, das sammeln sie ja auch weiterhin. Vielleicht wird es ja auch noch behoben, in Anführungsstrichen, aber da irgendwie jetzt wie wild um sich zu schlagen, macht auch keinen Sinn. Ich finde auch, dass das Thema Parity, also Gleichstellung, extrem wichtig ist. Also Java und Batwalk haben erhebliche verschiedene Dinge, Vor- und Nachteile gegenüber der anderen Plattform. Das stimmt, das finde ich auch wichtig. Überhaupt, weil es jetzt viel, viel mehr Batwalk... Ich bin persönlich Java-Spieler, aber es sind viele, viele Batwalk-Spieler und ich finde das auch wichtig, dass das gleichgestellt wird. Da tun sich einige dann um einiges leichter. ...viele Unterschiede, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen guten und auch schlechten Parity-Änderungen. Man sollte die guten Features der jeweiligen Versionen auf die anderen übertragen. Und dazu gehört auch sowas. Also Batwalk hat, man mag es kaum glauben, vor allem die Java-Spieler werden jetzt mit dem Kopf schütteln, auch gute Features, Java-Features, die auch auf die Battle-Cellation kommen könnten und genauso auch umgekehrt. Dementsprechend muss man da einfach Feedback sammeln und solche Dinge nicht tun. Was wäre das Problem gewesen, diese Blöcke genauso zu lassen, wie sie sind? Weil jeder hat sie zu 100% so gefeiert. Und ich meine, wir wollten dieses Update doch zusammenformen, oh Young. Also wir haben alle gesagt, hey, das ist cool so. Warum ändern? Das macht keinen Sinn. Ihr könnt ja gerne mal und vor allem auch die Redstone-Leute unter euch eure Meinung in die Kommentare schreiben, was sagt ihr dazu. So, das würde mich brennend interessieren. Bevor wir letztendlich noch zum Schluss des Videos kommen, gibt es noch zwei kleinere Leaks, die ich euch natürlich auch gerne noch mitteilen möchte. Es sind erste Gamefiles aufgetaucht bezüglich des Amadellos, aber sehr, 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 sehr frühe Gamefiles. Also da geht es irgendwie um Alpha-Testing. Also wurde da schon mal die ein oder andere Kleinigkeit vorbereitet, um ihm vielleicht in den nächsten Wochen irgendwann mal in einen Snapshot oder in eine Beta einzufügen. Also könnt ihr euch da ja demnächst irgendwann auch den Amadello einstellen. Ich bezweifle aber mal, dass das jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen der Fall sein wird. Sondern eher so fünf, sechs Wochen. Ich weiß es nicht. Ich würde mal mit etwas längerem Zeitraum rechnen, weil viele denken jetzt, jo, die Gamefiles sind aufgetaucht. Jetzt kommt der nächste Woche. Aber das sind wirklich Alpha-Test-Gamefiles. Mini, mini Gamefiles. Dementsprechend wird es wahrscheinlich nur etwas dauern. Des Weiteren gab es noch mehr Bilder oder auch erstmalige Bilder zum sogenannten Minecraft Battle, nicht Battle Pass, sondern Marketplace Pass, wenn mich nicht alles täuscht. Also der wird wahrscheinlich schon sehr, sehr bald kommen. Es gab viele neue Bilder. Dementsprechend kannst du genau wie bei Realm Plus ein Abonnement abschließen, um dann gratis in den verschiedensten Monaten, die du das Abonnement sozusagen weiter durchspielst, ja, Content zu bekommen. Seien es Texture Packs, Skin Packs oder Welten, Mesh-Up Packs, you know, alles, was man so auf dem Marketplace kaufen kann, kriegst du dann quasi gratis. Also ich weiß nicht, ob das ausgewählte Maps sind. Ich denke mal schon, nicht alles, aber falls dich das interessieren sollte, kannst du dir ja mal gerne mein älteres Video dazu schauen. Kann sich jeder... Kann sich jeder selbst entscheiden, sage ich jetzt einmal, was er da will, ob er sich den Battle Pass kaufen will. Hauptsache, es bleibt jetzt einmal Free-to-Play auf jeden Fall. Einmal müsste man es ja kaufen, aber Free-to-Play sonst und dass man nicht immer einen Battle Pass braucht. Erklärt habe. Nichtsdestotrotz, müssen wir einfach mal abwarten. Vielleicht waren da ja auch andere Intentionen hinter, warum sich Minecraft so entschieden hat beziehungsweise die Entwickler. Aber eure Meinung dazu würde mich sehr, sehr interessieren. Ansonsten noch, schönen Resttag noch. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde. War wieder mal ein legendäres Video. Kann man nichts anderes dazu sagen. Like a Reno, kommt auf jeden Fall rein. Meine Lieben, lasst mich gerne wissen, was ihr davon denkt. GamingGuides.de, ich reagiere so gerne auf den. Weltklasse dieser Typ, wirklich. Ja, ihr von mir erfahrt immer das Laufende. Wir reagieren auf jede Menge Videos weiter. Meine Lieben, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch. Grüße an eure Füße. Lasst mir gerne ein Abo, ein Like und ein Kommentar da. Kuss! Und bis zum nächsten Mal.